So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich Ernte, Früchte und Gemüse. Bei Gemüse habe ich direkt an einen Spot gedacht, nämlich Obstgarten. Warum Obstgarten? Einfach ist die XP-Maschine schlechthin. Ihr könnt einfach da laden, das Feld abbauen, da wo ich gerade markiert habe, plus natürlich die Bäume mit den Äpfeln und natürlich die Gemüsekisten haben wir noch im Laden und wir haben dann noch ein weiteres Feld. Ich werde euch auch direkt zeigen, welches Feld ich meine. Ich frage mich halt jetzt nur, ob es im Gruppenkeile-Modus klappt oder nicht, weil die Fahrzeugaufgaben zum Beispiel haben im Gruppenkeile-Modus nicht geklappt. Wir haben nämlich ein Feld genau da, wo gerade der Punkt hin zeigt und natürlich das ganz große Feld da hinten, aber ihr wisst selber, es geht so schnell. Wenn ich euch damit schon helfen konnte, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen und wenn ihr Bock habt auf Custom-Games, einfach mal vorbeischauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns nämlich auch da. Ah, was haben wir hier für ein Problem? Hier gibt es keine. LOL. Es gibt keine Gemüsefelder anscheinend. Wieso kann man... Hallo? Hört ihr das? Danke. Was ist das denn? Kann es sein, dass die jetzt die Aufgaben extra nicht mehr machen in Gruppenkeile? Warte, ich hole mir mal gerade Schaden. Ich werde sicherlich nicht der Einzige sein, der das Ganze im Gruppenkeile-Modus probiert. Naja. Na, Aufsammlung kann ich sie nicht, aber verbrauchen. Warte, gucken, ob das zählt. Ernte, Früchte und Gemüse. Hä? Das Problem ist, das funktioniert dann nicht so, wie ich mir das dachte. Ja, ich kann es nicht aufsammeln. Verbrauchen, ja. Warte, wir probieren nochmal, dass wir einen Schaden holen. Na, haben wir wieder was gelernt. Also, auch wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, das Ganze kann man anscheinend wieder nur im Solo-Modus machen oder im Duo-Modus oder im Team-Modus oder im Dreh-Modus. Das zählt. Ne, es zählt nicht. Also, müssen wir wirklich hingehen und müssen das Ganze im Solo-Modus machen, im Duo-Modus oder im Team-Modus. Weil normalerweise ist hier das Feld nämlich auch komplett voll, aber jetzt gerade nicht. Also, ich gehe jetzt einfach hin, mache das Ganze dann im Solo-Modus, aber ich denke mir, ihr wisst dann auch, was ich mal zu machen habe. Landet einfach da, sammelt das ganze Gemüse vom Feld ein und das von den Bäumen einfach aufheben und dann dürftet ihr die Aufgabe eigentlich auch geschafft haben. Wir sehen uns dann bei der nachfolgenden Aufgabe und in dem Sinne, Out, rein.